Schau, alle sind sie da. Das Rothorn, der Niesen, der Töti, das Matterhorn, das Beachhorn, die Tufour-Spitze und dann die Don Blanche. Aber womit haben es die Berge eigentlich verdient, dass wir sie anschauen? Was an ihnen rechtfertigt, dass wir sie zu jeder Zeit und in jeder Situation betrachten? Dass wir sie glücklich betrachten und deprimiert? Dass wir sie mit der Familie betrachten und allein? Du kannst deine Arbeit verlieren. Du kannst dein Haus verlieren. Du kannst deine Zeit verlieren. Es gibt viele Dinge, die du verlieren kannst. Die Berge, sie bleiben. 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 Die Berge, sie bleiben.